Worum geht es diesmal? Ja, tut mir leid. Oh, ich bin überladen. Ich bin noch einer Schurkenrobe. Okay. Wie ihr wünscht. Das heißt, wir können raus hier. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie ihr wünscht. So, da geht es zurück zum Wassertempel. Ich weiß gerade nicht, soll ich versuchen mit Safada das Bruch zurückzustehlen. Mit Taschendiebstahl 20 wird das schwierig werden. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Worum geht es diesmal? Oh, wir haben Gift? Ach, Mareks Gift. Ihr braucht nur zu fragen. Ihr fühlt euch sehr übel und krank und habt euch bereits übergeben. Es ist euch jetzt ganz schwindelig. Jedoch könnt ihr euch nicht erklären, woher eure Mülligkeit kommen könnte. Die launische Königin duldet keine Unverschämtheit. Ihr seid also mit dem Buch der Weisheit zurückgekehrt. Bitte gebt es mir. Wir trauen euch nicht. Bevor wir es euch zeigen, möchten wir, dass ihr unseren Freund von seinem Geist befreit. Ihr wagt es an meiner Redlichkeitszweiflung. Nun gut. Auf dieser Schriftrollen hier steht die Zauberformel geschrieben, mit der ihr euren Freund von dem Fluch erlösen könnt. Und gebt mir das Buch. Hier ist euer kostbares Buch. Damit ihr zu unserer Abmachung gefüllt, geht jetzt bitte. Warte mal, was ist eigentlich mein eigenes Taschendiebstahl? Äh, wo steht denn das? Taschendienstahl. Du bist eigentlich falsch. Ich hoffe nicht hier. Ich kann ja versuchen, sie zu bestehlen, bis es klappt. Und Fege schlagen. Wie ihr wünscht. Hier ist das Buch. Und da ist die Geistformel. Ja, mein Schatz. Aber natürlich, Schätzchen. Aber natürlich, Schätzchen. Aber natürlich, Schätzchen. Also ja, es muss möglich sein, das Buch zurückzustellen. Wenn das euer Wunsch ist. Mit Vergnügen. Wenn das euer Wunsch ist. Trakt der Macht. Und Trakt der Meister die bis Korn. Wobei der eigentlich fast schon reichen dürfte. So, wie viel Taschendiebstahl haben wir jetzt? Jetzt müssten wir Taschendiebstahl nur noch 60 haben. Okay, das ist leider nicht kumulativ. Okay, Taschendiebstahl fehlgeschlagen. Ja, natürlich. Sien. Ja. Und wieder fehlgeschlagen. Wenn das euer Wunsch ist. Hm. Hm. Wie kann ich helfen? Lasst sie uns ordentlich verdäschen. Oder vielleicht Mord sie kaut. So. Dann machen wir es halt so. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Wir gucken, dass wir abhauen, bevor die anderen Priester es merken. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Sie haben es zum Glück nicht gemerkt. Ja. Ja. Wie ihr wünscht. Also ja, so ein mächtiges Bug. Gut, jetzt sollten wir uns um das Gift kümmern. Fuckelnde Klinge. Wo war die fuckelnde Klinge nochmal? War das die hier? Nein. Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Wie geschieht das ein Hund aus? Das ist ja geradezu ideal. Ihr wisst ja gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Hier, ein Freund hat mir die Zauberformel gegeben und ich habe sie noch nicht benutzt. Schutzproblem gegen Gifte, ist immer gut. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. So, wo war die funkelnde Klinge? Das hier ist die errötende Nixe, schreiben. Also feiernder Stör. Wie ihr wünscht. Äh, war das nicht hier unten die funkelnde Klinge? Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Na ja, genau, das war die funkelnde Klinge hier unten. Na, ist was Tatler. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Mein Leben ist ein heilloses Durchrein. Nun, wie ist es euch ergangen? Habt ihr ein Mittel gegen die Gäse gefunden? Wir haben euer Heilverfahren, aber wo ist das Gegenmittel? Voilà. Totale hat uns die Hälfte des Gegenmittels gegeben und zur errötenden Nixe weitergeschickt, wo wir von Marek die andere Hälfte in den Fakt nehmen sollen. Wie ihr wünscht. Ja, die war hier oben. Da müssen wir aber so rumreisen. Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Wie ihr wünscht. So, wo finden wir Marek? Höchstwahrscheinlich oben. Ja, da ist Marek. Ihr seid vermutlich gekommen, um das Gegengift zu holen. Also es ist, dass ihr damit erreicht, wird ein noch rascherer Tod sein. Aber das ist derzeit, wo ich eure größte Sorge. Oh, ein schöner Bogen. Trank der Freiheit. Ja, Mareks Gegengift scheint ausgesprochen nützlich zu sein. Es ist stärker als ein gewöhnliches Gegengift, sodass die benötigte Dosis viel kleiner ist und der Trank somit öfters verwendet werden kann. Marek meinte, er könnte mir das Gegenmittel verweigern, dass mein Leben vor dem Gift retten kann. Wenn er doch mal ein Gegenmittel gehabt hätte, um sein eigenes Leben vor mir zu retten. Ja. Tränke, Tränke. Netter Dolch. Und ein sehr netter Bogen. Sogar ein Kurzbogen, kein langen Bogen. Was macht denn der? ETW minus zwei, Schadensbos plus zwei. Das ist einfach nur ein Bogen plus eins. Damit ist das perfekt. So. Schick mal hier rein. So. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Dann haben wir damit das auch geklärt. Jetzt reisen wir mal wieder hier runter. Wie ihr wünscht. Aus mehreren Gründen. Hier ist eine Taverne dazwischen. Das habe ich gar nicht irgendwie nie richtig realisiert. Tatsächlich nicht hier ist eine Taverne. Wenn wir mal hier rasten. Oh, hier können wir nur als Händler rasten. Vielleicht aber auch vollkommen aus. Ihr braucht nur zu fragen. Ja. So, jetzt ist Konia wieder ein bisschen auf dem Damm. Wir können mal wieder speichern. Das ist jetzt Play24 diesmal. Speichern. Und da gibt es jetzt erstmal einen Cut. Also, bis gleich.